Geht auf die anderen Idioten! F*** dich! Oh meine Fresse ey! Geht mir das auf die Ketten hier? Geht mir das auf! So, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Bin schon total stumm ey! Was müssen wir mal sagen warum du jetzt von hinten kommst? Nein, 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 nein! Oh man! Oh Gott ey! Okay, sind jetzt nur noch Infizierte hier oder was? Wollte ich mich erst mal heilen? Okay, ich hoffe jetzt kommt nichts von hinten. Und das oder weg? Sehr gut! So, da kann ich mir die schön von hier oben angeln. Mach ich erst den Klicker weg. Den Klicker hier oben. Einmal so. Puh, ist ganz schön nervig gewesen jetzt gerade. Bin ich schon ein wenig schlechtlaunig geworden gerade. Hier oben ist keiner mehr, ne? Ne. Okay, dann kann ich hier schön von hier oben ersnipern. Oh, jetzt kommt er hoch. So, Nummer eins. Das ist ja nur noch der hier, oder? Komm los, zeig dich. Boah, das ist jetzt nicht fertig, was ich mache. Boah, egal. Boah. Das habe ich auch mal übertrieben gerade. Falls mich jemand hat, denk nicht mal dran mich zu überraschen. Sonst geht es euch für euren Freunden. Klar? Ja, ja, ja. Das ist nicht etwa jetzt auch eine große Fresse, oder? Nach der Aktion hier. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Da liegt da drin und hat schön... Komm, renn. Unsere Rucksäcke ist scheiß drauf. Nein, nicht scheiß drauf. Ich habe mein Messer. Puh. Was zum Drunterstellen ist gut. Komm, lass rollen. Los, weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Aaaaaa, alter! Geh weg! Scheiße, als zwei zum Sprinten. Das war's. Hu 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 hu. Renni, renn, 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 ren Komm. Die Treppe hoch. Das Gerüst. Darüber kommen wir raus. Oh, scheiße, ey. Infizierte! Hinter uns sind sie auch. Hier lang. Komm, komm, lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh, das ist mir zu. Sie kommen immer näher. Mist. Mir nach. Ellie. Alles okay. Lauf weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weg hier. Weg, weg. Komm, lauf, 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 lauf. Oh, diese Töne die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist ja furchtbar. Bleib hoch. Ich helfe dir. Oh Gott, gib mir die Hand. Oh nein, oder? Hau ab. Komm, los. Ohohoho. Schnell. Ohohoho. 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 Ohoho. Ohohoho. Der Brumbeer. Scheiße! 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 Da vorne ist noch mehr zum zerschlagen. Mach mir jetzt nur... Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins... Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei... Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten... ...oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... Lass es uns aussitzen. Wir gehen es... ...romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Und Nummer drei? Sorry. Komm... ...verschwinden wir hier. Das war's dann. Oh Gott. Oh wie schade. Es ist schon vorbei. Puh... Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Als allererstes. Dann muss ich noch sagen... ...hat ultra viel Spaß gemacht. Und auch wenn ich zwischendurch sehr verzweifelt bin. Das lag da dran, dass ich sehr verzweifelt war. Auf jeden Fall. Das hatte schon ein eiliges an Schwierigkeit. Also der Schluss da war jetzt gerade... ...ätzend. Das war einfach zu viel für die kleine Ellie. Oder besser gesagt für den Kevin am Petronor, der die kleine Ellie gesteuert hat. Trotz alledem ist es schön die... ... dieses Bröckchen noch von Lauditon dazu geschmissen bekommen zu haben. ...und dass man sich weiter ein Bild von der Story machen kann. Ich bin immer noch, immer noch... ...oder ich bin weiterhin der... ...ja die... ...der großen Hoffnung... ...dass es noch eine Last of Us 2 geben muss. Ich denke ich will unbedingt wissen... ...wie es noch wegen der beiden weiter geht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Und wirklich... ...mit der Last of Us auch mal... ...Ausdruck am Tor. ...äöehh, hinten sieht... ...das kommt ja schon aus. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder... ...ermanap Сам各 hands celle... ...wirr an einem Reporter 그래요. Bis zum nächsten Mal, sagen wir vielleicht kemmen! Tschüüüüüüüüüüüüüsор 그ien!!! Üh ''uns stressed'' Und tschüss! Bis dann! Achso, tschüss! Tschüssi Musik 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 Musik